Sie wollen sich einmal nach allen Regeln der Kunst verwöhnen lassen? Dann sollten Sie unbedingt die Geiltaler Wohlfühloase von Silvia Haug besuchen. Der Betrieb befindet sich in St. Stephan im Geiltal und bietet dort seit 2007 professionelle Körper- sowie Gesichtsbehandlungen für Damen und Herren. Zu den Leistungen gehören Maniküre und Pediküre genauso wie dekorative Kosmetik und Wimpernverlängerung oder Verdichtung. Spezialisiert ist man außerdem auf effektive Haarentfernung, Liftings, Permanent Make-up und Kopfhaut-Feinhaarzeichnung. Die angebotenen Wohlfühlbehandlungen sorgen dafür, dass sie sich nicht nur körperlich, sondern auch geistig wie neu geboren fühlen. Die Mitarbeiter bilden sich laufend weiter, besitzen diverse Diplome und nehmen auch an Wettbewerben teil. So können sie traditionelle wie auch aktuelle Behandlungsmethoden perfekt umsetzen. Geiltaler Wohlfühloase – entspannen, wohlfühlen und erholen auf höchstem Niveau.